aktivieren dass man euch hören kann ja das echo ist noch da ach das ist von taub oder wieder heißt wer ist denn immer genau der tauboga genau tauboga sag ich doch immer dasselbe mit dir und nein der hockey ist es der hockey ist es immer auf die kleinen und schwachen kranken jungen immer auf die ausländer nur weil ich schwarz bin die qualität sieht gut aus weil ich muss noch kurz einmal sound hören hallo hallo nein ich muss streamen kurz rein mal kurz sound vom xbox aus hallo 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 perfekt sound ist okay ja ich habe gerade twitch sound angehabt aber ist alles perfekt sound ist okay halt dieser stream der wird jetzt aufgenommen und dann welchen auf youtube hochladen wenn die aufgenommen ja sehr cool wie das ist ein star man muss den internet ein intro machen ja das ist auch schon ein star ja warte da komm mal machen wir mal ein intro hau mal raus das schneide ich dann rein ja ehrlich jetzt schneide ich raus machte das anfang rein muss mir nur die minute merken aber ist ja egal also hau raus aber ich trinke mal kurz im sektor das trinken waren mitternachts kakao wieder dich krieg ich noch ja ich bin da mir doch keiner will in der schnarchen alle sind richtig schüchtern da kannst du da einstellt ja ist so alles nicht die schüchtern auf mit oder ohne ton sie gibt es aufrufe richtig krasser ficker also was darf man ja nicht sagen werden die richtigen wollen man das darf ich sagen da darf man nicht nein der strong language die ich das ja okay mein ist sie erst ab 18 du musst du erst das bestätigen das deswegen gab es auch also wenn du den halt als 18 einstellst weißt du weil halt strong language und schießt die kala stream ja ehrlich jetzt das musst du machen wenn du ein ballerspiel spielst oder mal gerne solche ausdrücke benutzt dann musst du das so einstellen dann kannst du halt einen auf dem deckel bekommen ja ist so da sind die eigentlich ziemlich zügig auch wenn du irgendwie nur ein zuschauer hast oder so was da sind die marie groß ja von rechts auf ficken er läuft er mir vorbei ich sehe ziemlich viele rechts auf dem hügel ja links sind auch ein paar ach melo ach melo ich komme gleich warte auf mich ich kriege trotzdem noch scheiß auf alles ja hat mich hat mich hat mich ich will danke für die hilfe wenn der klappen kann ich will der der fahrer vor allem ganz viele gegner ist super sporn zum sporn ich will so hoch auf das zieren vom hügel oben links Halt durch, Loki. Ich spawn bei dir. Ich darf da keine Musik anmachen. Wir brauchen keine Musik. Meine Stimme ist musikal. Du hast deine Stimme ja gar nicht aktiviert. Doch, hab ich. Hast du? Kannst du dir mal deinen Genauer anhören? Ja, mach ich ja auch. Oh, cool. Weil die anderen sich dann ja eigentlich ist. Also, dann hab ich meinen Gelaber schon des Öfteren auf Youtube gehört. Ich kann ja mal den... Ich kann mich nicht konzentrieren, wenn du das mal anmachen. Ich kann ja mal den... Den Twitch-Town anmachen. Dann hört's euch mal selbst. Ach komm. Reanimieren wäre nett. Er ist Pro, bleib einfach liegen. Ja, ich bleib liegen und jetzt. Dann komm ich von hinten. Oh, du geile Sau. Mach mir dich verlegen. Schöne Witze, die eigentlich nicht mehr lustig sind. Und trotzdem Spaß machen. Len. Oh komm, ich hol dich wieder, du geile Sau. Ah, ich spritze. Ja, nice. Perfekt. Da rechts ist einer. Den hab ich. Ich hab schon wieder down. Boah. Jetzt kann ich nichts machen. Boah, schade. Ja. Die Lokieder kommen zwei Gegner. Wir haben Einsatzstil. Werter verloren. Jetzt hab ich schon wieder hier. Ich muss dann hier. Wenn die hier tot sind, ey. Ich renne die ganze Zeit nur mit Sprit. Beat it. Ja. Hab ihn. Hinter dir beat it. Ja, ich muss weg. Ja, ich renne auch eine Runde weg. Boah, scheiße. Dann hab ich, aber... Leute, hätt ich hier denn mal schon... Ich glaub ich krieg dich nicht. Du bist mir zu weit weg. Tauburga, lauf, lauf, lauf. Wir haben verloren. Boah, Alter, wie viele. Boah, das sind schon Gegner. Boah, das sind schon Gegner. Ich treff überhaupt nichts. Verdammt. Ich auch nicht. Bisschen. Hat jemand einen Streamen-Name? Musin Tauburga. Komm mal was raus, Leute. Wie soll ich den Streamen nennen? Was? Wie soll ich den Streamen nennen? Komm mal was raus. Den German Halo-Gandhi, äh... Plays with, ähm... Und dann den Clan. Ja. Wir haben einen BGF in Action. Ach. Komm, das ist gut. BGF in Action. Komm, das ist gut. BGF in Action. Boah, Alter. Boah. Ist klar. Da sind schon welche beim A-Bunker. Ich mach nur Hitmarker. Keine Ahnung, wie viel die schlucken wollen. Boah, ey. Wir werden hier übelst gepusht. BGF in Action. BGF in Action. BGF in Action. Jetzt geht's rund mit jetzt. Jetzt geht's rund mit jetzt. BGF in Action. So, da haben wir zuerst den Spielen. Ach, das gibt's nicht. BIDET wird ein Star. Ich schwör's, die alle schreiben so in die Kommentare. Oh, BIDET... Die alle schreiben so in die Kommentare. Ja, der muss unüberschreit sein. wir wollen mehr von Bede die anderen der auf jeden wenn ich voll der Star endlich und alle noch nicht sehen und für den Job kündigen auf jeden weiß nicht ob du Brüste hast wenn der Konferenz ja Männer Busen ja woher wusstest du das? hab ich ja tatsächlich aber im leichten so ne checkt euch mal, also ich kann nur mit dem Bus zu springen, aber ich glaub der bringt nix oh Böses im Busch Böses im Busch und recht außen links bei A ich könnte ja meine Titten zaffeln lassen, vielleicht bringt er was ja längst sie ab mit deinem Busen Digger oh scheiße Scheiße auf rechte Seite ganz schlimm was hier gerade passiert sehr sehr traurig find das nicht schön die Runde ist echt nicht von Erfolg geprägt, was soll man das erzählen? gerade ob ich mein Handy mit dem Switch verbinden kann und mein Handy dann als Kamera benutzen kann bist du da wie ich mein? also generell kann also generell Cam aber ich weiß nicht wo mein Handy damit sein kann weißt du? oh ne eh warte ja ich hol euch alle, ich hol euch alle, bleibt alle liegen ja ja macht das mal oh scheiße das sind immer Gegner, ich verstehe da drei Leute weißt du? oh scheiße irgendwie so komm hoch hier wieder, stehen da drei Leute, scheiße ja ich hol euch, ich hol euch ja, aua aber du hast es versucht ja einen habe ich auf jeden Fall wieder geholt ja mich, dann bin ich gleich wieder gestorben ja oh aber du hast gesehen wie viele da waren denk ich mal oh voll Party, überall Granaten, ey was ist denn hier los? ich fühl mich hier wie in Vietnam oder so ey was ist denn hier los? ich irgendwie wie im ersten Weltkrieg ja ehrlich jetzt ja genau, wollt grad sagen, wir haben voll erste Weltkrieg-Feeling hier das fühlt sich ja richtig realistisch an hier ja ich renne runter zu A und nehm's wieder ein ja das sind die paar Leute, rechts sind ein paar Leute auf diesen komischen Hügel da, diesen Bunker, weil da immer das ist ja da sind sie, 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 verdammt da sind sie ein paar Leute, warte ich kann nicht wiederholen zwei Stück oh hier steht einer der ist aber da, pass auf den hole ich mir na verdammt 40 nein, ich bin down nein, ich bin down mein Plan wurde vereitelt wartet der denn nicht vor uns und links neben uns ich glaub A werden wir eh nicht mehr kriegen, wir müssen uns wirklich auf B fokussieren ganz gut ach shit hab ich so im Urin warte ich hab dich wieder wir müssen's probieren ich kann dich nicht wiederbleiben doch, doch, klappt, danke wir verlieren Einsatzziel was Bro, du könntest mir helfen wo bist du denn? ach da vorne bist du ach nee, da neben dir ich hab ein Problem, Digga ok, ich krieg dich, warte mh, ist einer hier 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 vielleicht hilft das, ja wir sind vielleicht mal was ist ja schön am Patron, da was denn für los, ey was, was veranstalten sterben hauboga, bei meiner Leiche sind die brechen ja, hab ich grad gemerkt, ich bin schon down ach so fast, ich fühl dir das, coole oh shit schon Ende da geht schon der erste raus, ey naja, so ist das hatte jetzt einfach einen Grund, oder war der nicht im Zocken gewesen? vielleicht ist er einfach rausgezogen kann alles sein ja, die einfachste Erklärung ist meistens die richtige Tür da kommt der ach komm, man ach komm man ey warum biedert nicht nicht wegrennen jetzt aber haha jetzt hab ich schon ich kann sie trinken mal ein bisschen auf die Gegner ich bin nur am Widerbeleben mh wäre ich auch mit einer Zeit noch in der Renn, ey ich guck nicht mal wo irgendwelche Gegner sind aber jetzt muss ich mal ein paar Kills machen so ein paar naja, ich fokussier mich eigentlich auf da oben schauen ob das funkt mh ich hab bei B halten können weißt du, wenn ich die ganzen Leute reinnehme oder so das hoffe ich zumindest ja aber wir müssen aber wir können noch nicht bis noch 130 das halten wir müssen mal pushen also wir können nicht 134 Tickets schaffen wir nicht schaffen wir nicht wir müssen wir müssen aggressiv was machen ja dann rennen wir rein elber rechts rennen ne aber wir haben ich bin dabei wir verteidigen ja nur den Sektor von daher ja ok, dann schicken wir ein paar müssen da bleiben ein paar kommen mit ok, ich bleib da aber eine Verteidigung ey, ich wollte da grad nochmal wiederholen ey, ich weiß grad wie wir da waren bleibt beim Leben, Fauburger bleibt beim Leben alles gut oh, hier sind ziemlich viele die sehe ich grad das heißt viele, 3-4 Leute glaub ich die kommen von links jetzt kommen sie ziemlich viele ich versuch dich zu holen ich versuch dich zu holen du hast hier mal einen drungen so ein bisschen ne? einer nein, ich schaff das nicht das sind zu viele ich schaff das aber ich hab da wenigstens ein bisschen aufgeräumt bitte die sind jetzt im Bunker alle bei A da ist Böses im Kusch dann lass uns mal rein aber guck mal sieht doch gut aus 90 Tickets haben die noch das sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus der kehrt aus ja ist er denn noch bei A? ne ne? ne, ich bin hier noch bei B ich war Teile grad komm, komm, komm alle hoch ich helfe euch mal kurz ich helfe euch mal kurz ich helfe euch mal kurz kurz AFK da sind ziemlich viele unten ich komm jetzt alle hoch nach das find ich gut ey das find ich gut ey nie wieder gut aber bei mir schauts irgendwie anders aus ich werd nie wieder ok ich werd dir genugst nur ein bisschen warten ja sicher auf jeden Fall ja sicher auf jeden Fall rück rück jawoll wir nehmen A ein Leute nice also kurz haben wir sein genug ich bin ja auch Druck gemacht, alles gut ich bin nicht sicher ich bin nicht sicher ich bin nicht sicher ich versuche jetzt mal ein bisschen zu pushen hier ich versuche jetzt mal die linke Flanke mitzunehmen da wird man ein bisschen Druck zu machen da wird man ein bisschen Druck zu machen auch die bleibt doch liegen Mensch ja die sind hier aber immer rechts und links sind die paar einzeln noch ich kann nicht so richtig pushen wir kommen ja alle immer reingerannt von der Seite die kommen alle von rechts gerade wir haben noch 50 gepitzt ja wir sind grad echt ziemlich hart am pushen Wäre mal ganz geil wenn ihr mal so A einnehmen könntet das glaube ich auch erst der erste Angriffner hinter dir bietet wir sind uns grad am flankieren hier wir verlieren Einsatzziel ach wir sind B am verlieren A kriegen wir auch nicht so ein Zett nehm da einen und komm nicht wieder hoch ich bin schon wieder down das ist echt ein bisschen zu viel gerade wir haben B wieder echt oft gestorben A wir kriegen B schon wir kriegen das hier oben mit B schon hin bleibt unten bei A jetzt bin ich auf B gekommen toll B ich spawn bei dir ich bin zu viel ich bin zu viel ich bin zu viel jetzt sind wir die noch ein paar Leute wieder belegen die ich hier sehe Das taunt gerade nicht auf höchste Qualität, weil Xbox läuft aber WLAN, weißt du? Da hab ich eigentlich das beste Internet, weil mit LAN kein Problem Und den Flammenschützen hätt ich schon ganz gern Ja mit LAN läuft das alles, oder so ein Grabenkämpfer Da müssen wir jetzt wieder verteidigen, oder was? Oder angreifen Ja wir verteidigen und die haben jetzt Flammenschützen und ich glaub jedes Soll ich nicht ein Problem sein, soll ich nicht ein Problem sein Nö, solange die nicht koordiniert zusammenlaufen, dass wir das ziemlich schnell direkt haben Ich denk nicht mal, dass wir gut halten können Also gegen die Naja links, ich sitz auf der linken Seite von geschützt Ich guck gerade ob ich irgendwas sehe Grabenkämpfer ist jetzt im Bunker Weg bei A, ernsthaft? Ja bei A, bei A gerade Ich darf mal Granate rein Hinterm Bunker halt, hinterm Bunker jetzt Klingt so im Bunker Im Bunker? Hinter uns natürlich spawnen mit dem Tod, sehr schön Neh ich mal so hin Komm wieder beleben, kommst du immer näher, Sonny Kommst du immer näher Ja, 8 Meter, 6 Meter, komm Putt 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 Ja, ich war auch Jawoll, sehr schön Boah, ich werde wieder getötet Da springt da einer rein im mit dem Auto Da liegen zwei Leute im Bunker Einer mit dem Automatik und ein LMG-Fuzzi Wir verlieren Einsatzziel Albert Alles klar Wir verlieren Albert, Leute Das geht so nicht weiter Das geht so nicht weiter Halt, der hat da 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 Ich muss sagen, Dekorn viel einfacher verteidigen Weil er komplett auf dem Berg ist Du kannst ja schon runter schießen, weißt du So, rechts ist da Ich bin Arsch Mitte ist aber einer Gesundheit Kannst du ihn wiederholen? Haben wir ihn wiederholen? Ja, ich werde jetzt eh in die Luft gejagt, ja Ja, danke schön Auch Genau an der gleichen Stelle Du bist weit vorne Dunker an der rechten Seite kämmt einer Du spielst zu weit vorne als ich vorun kann Echt? Bin ich so weit? Jaja, bin ich richtig hart weit vorne Du bist quasi am Ende dieses komischen Ganges, weißt du, bei Dunker Ja, liegst du quasi Keine Ahnung wie du dabei gekommen bist Boah, ich schieß dann mit Mörser rein Na gut Du musst den Mörser wegkriegen Ey, auf der Karte Guck dir mir die Map an Das ist in der Schön Ja Von links Ich werde hier blockiert, sehr schön Ich spawn und sterbe Ich spawn und sterbe Ja Geht mir genauso Richtig anstrengende Runde Ja Hier fehlt auch eindeutig ein Panzer, ne? Das wäre genial Aber wo soll ich denn hier fahren, sag mal? Ja Und ein Waschsoldat Ich würde auch ein Waschsoldat hätten Wäre auch ganz angenehm Ja Muss hier echt viel mit C4 spielen oder Ja Wie so Kann man auf jeden Fall ganz gut Im Bunker zum Beispiel Könnte ich jetzt 5 Leute holen, wenn ich das schaffe Ja 3 Leute Geht aber Ja, ich kann mich sogar wiederholen Aber wenn ich hier zu bekomme, ich so gemerkt hier Und da ist jemand am Bunker Super, Dankeschön Bitte Komm jetzt von links Ja, ja, oh, ich merk's, jo Oh, und von hin Oh, und von hin Nein, doch nicht 7% Oh Die Deutsche sind wieder im Bunker Oh, da kommt der NG-Fuzzi Oh, der läuft da durch, macht's alle weg Oh, Scheiße Oh, der hat mich auch weggemacht Ne, das war Luftdetonation Pass auf, da kommt ein Mörser jetzt auf euch Oh, der schießt auf euch Werft Granaten rein, die nehmen das ein Werft Granaten rein, die nehmen das ein Macht irgendwas C4 DINAMIS Komm schon Asport, wir leben uns wieder Wir kommen hier nicht raus aus dem Gang, warte Sekunde Ich auch nicht Gleich, 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 jetzt Ja, und bin tot Siehste Dann bin ich nicht wiederbelebt Dann bin ich nicht wiederbelebt Dann bin ich nicht wiederbelebt Egal, ich hab drei Medics hier getötet Dafür Ja, okay Ja, gut Hast du gut gemacht Vier Medics und hab alle Leute aus dem Bunker gekillt Alles gut, Digga Hast du schön gemacht Dein Tod war Du bist ein Held Du bist ein Held Ehrenmann Ach guck mal, Beedle ist gleich wieder Er muss immer kaputt machen Ein Ehrenmann Können wir jetzt alle James Ryan nennen, bitte Alles klar Warte, ich hol dich wieder Ich hol dich wieder Ich hol dich wieder hier Du spritzt in den Popo, steh auf Ich glaub die versuchen jetzt auf B Einer hier am Bunker, den hol ich auch wieder hier Zack Ich bin alle tot Oh, ich hab Unis Beedle ist mäßig Oh, ich bin da und guckt Ich war echt abgelenkt Ich war echt ein Beedle Ich hol dich wieder Spritzen in den Popo, ist Bamm Ich will jetzt auch hin Haben wir jemand so ein Paketmonizier Sunny ins Gesicht werfen Boah, ich bin schon wieder da Ja, sauber Warte, es gibt auch noch einen hier Zack Warte Oh, ich hol dich wieder Ich hol dich wieder Spritzen in den Popo, ist Zack Nimm das Wenn die ganze Zeit um die Stütze rum Was denn los, ey Ich bin mehr Sanität als Krieger, was denn Als Tier Weißt du was ich mein? Die Stieger, ey Boah Oder so Soldat Boah, Gräbenkämpfer Grabenkämpfer Gräbenkämpfer Der kommt jetzt hoch Der Gräbenkämpfer ist auch Der Gräbenkämpfer, komm Der Gräbenkämpfer Der ist richtig okay, ey Der Gräbenkämpfer Boah, kriegst du ihn nicht? Ich bin im Dixier am Sofa Ich hab den 4 auf die Treppe Der ist eh nur Level 6 Der fährt eh gleich Guck mal, der rennt weg Der rennt weg Der rennt weg Ey, die haben B eigentlich Ey, die sind B eigentlich Ernsthaft jetzt? Ja Ich bin okay, mal Wie kann der Medic Ja, da geht man auch nicht gut Mit der Selbstladebüchse machen, ey A, B, A, B Komm, wir retten B jetzt Ich geh zu B Ich auch Okay Oh, ich hab Wieder diesen Ich Kann nicht klettern A nehmen wir jetzt ein Dann kann ich kletter B haben wir auch Ja, jetzt Ja, schnell A verteidigen Läuft doch super Läuft doch super Ah, ich hoffe wir kriegen das Ich lauf runter Weil wir wohnen da jetzt echt grad ein bisschen überrannt Weil alle weggegangen sind, weißt du? Guck mal Guck mal Das sind auch diese ganzen Kids und so was Da sind sie mit Flambeer Für alle sind rummeln grade Die müssen mal wegkriegen Ja, man, die haben da alles Ja Die müssen die erst wegkriegen Guck mal für die Schnitte hier Guck mal, vielleicht ein paar Leute wieder beleben hier Oh, jemand Von links Siehst du Oh, siehst du mich? Warte Links, links Da war es doch einer links Ja, ich sehe dich Ja, da sind zwei Leute Da ist doch einer Da ist doch einer Ah, jetzt hat er mich wieder geholt Als er im Video beleben war Scheiße Ich hab... Ah, aber dankeschön Ich hab ihn auf jeden Fall noch bekommen Ich bin schon wieder da Scheiße Was geht hier ab? Auf der linken Seite sind ein Com, Leute Die sind doch von links Die sind alle auf der rechten Seite Ganz rechts Ah, das down Ganz rechts Und da auch drei Leute, die pushen Geht mal von links, Leute Die sind alle auf der rechten Seite Versuch die mal zu flanken oder so Wenn auf minimap guckst Sind sie alle auf der rechten Seite Oh, Alter, was geht hier noch ab? Schon wieder so ein Villa Perrosa Typ Schnell weg hier Verdammt Ja, von links Oh, oh Ein Triple Kill mit einer Granata Jawoll Ja, sehr schön Jawoll Ja, die versuchen nicht zu laufen Oh nein Die kommen alle von links Die versuchen D einzunehmen von links Ja, fahre mal rein Ich bin jetzt gerade Die hellriegel und Graben, kein Fall Ich bin einfach zu stark Komm, den holen wir Oh, auf dem Bunker Ach so alle so ein bisschen Und dann überspringen sie einfach Ohhhh Na ja, ist schon wieder voll, glaube ich Mit Gegnern Weiß noch nicht wo Sind die da im Bunker drin? Sah so aus Eben, ja Direkt nach dem Spawn Ja, einen habe ich Verdammt Jetzt brenne ich Das ging aber fix Kriegen die ja keinen 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 Flugschiff oder so Von links Von links Von links Von links Von links Von links Mit dem Mit dem fetten Ey, guckt euch mal das an Links ist richtig Party Wer werft einfach ein paar Granaten rein, Leute Bei links Naiv ist es egal, die stimmt, ey Boah, verdammt Ich will wenigstens ein paar mit der Granate Komm schon Boah, kein Durchbau, ey Die kommen die Granate haben Dann haben wir mich wieder tot Hauptsache Punkte, ne Ey, wird richtig gepusht Gerade von den Gegnern Na, ich geh jetzt rein Hast du das Versuch, danke dir Ja Ich bin halt sein Igniter, ne Ja Dein Freund und Helfer, ne Richtig Freunde hier, ich bin aus dem Nachbarschaft Ich will ein paar C4 Kills Die kommen von hinten, Leute Links Links, Baby Jetzt müssen wir was machen Wir jetzt nichts Die kommen von allen Seiten Die kommen von allen Seiten